Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest Immortal Trone Immortal Trone mit Freddy, den Hundis, im Teil der Könige Dem Hund Oh scheiße, Hundi? Mit den Hundis Was prügeln wir zuerst? Oben oder unten? Oben, weil ein Schrein war Ja, aber unten sind so viele Kampfmarkierungen holen wir den Danke Dann würde ich noch mehr Schaden machen Die sind ja überall Was ist denn das? Das werden wahrscheinlich wirklich Gräber sein, wie du meintest Ich glaube, ich kann mich an so eine Art erinnern Ich kann mich gar nicht erinnern Ich hab Glück, weil ich mich an gestern erinnern kann Ich hab Glück, weil ich mich an das Frühstück erinnern kann Aber wichtige Sachen behalt euch Wichtige Sachen sagt er Oh, Außenpanzer Danke Mensch, das habe ich gar nicht bemerkt Das ist schon wieder viel zu groß hier Ich weiß wahrscheinlich nicht mehr, wie der Kunde auf dem Friedhof hieß Aber ich weiß, das war für Friedhofmann Immerhin! Ich weiß schon nicht mehr, wie das gerade ist Aber es ist ja schön geworden, ich habe ein Foto gemacht Ach ja Oh, Außenpanzer wahrscheinlich Ich hab da gewöhnt, Außenpanzer Ich hab da gewöhnt, Außenpanzer Ich hab nur so kleine Gräber Das wäre super Ich hab jetzt kein so... Du hast levelt Ja Ich hatte diesen riesig Ich würde nicht so begrüßen, aber okay Okay, warte, dann level ich kurz Äh, K Und zwar nicht K Ich guck mal kurz hier rein, was hier soll Graf von Ram, ja okay, das sind wie alles Gräber Äh, warte, wollte ich nochmal Ach ja, ich wollte ja Traumbeherrschung Und dann eins, zwei Okay Ähm Wir sollen hier irgendwo ein Telkin suchen Moment, wo ist sechs? Da ist sechs Hallo Ich rufe mal kurz Ich rufe mal Reiß mal kurz nach Was ist das denn Süßes? Theben Theben war War die Quest, da müssen wir korrupter Priester noch schnell abgeben Wir werden da sowieso hinkommen, aber ich wollte das noch schnell machen, weil ich Was ist das denn Süßes? Warum sind neben Theben noch Gegner? Weil hier ist es der riesige Albtraum, den ich haben wollte Der riesige Albtraum? Ja, jetzt bin ich verwirrt Aber Albtraum ist nicht schlecht Nicht? Doch, er macht nur acht Schaden Immerhin macht er acht Schaden Äh Guck mal wie gut er ist, er müsste eigentlich recht gut sein Kannst du mich gleich hier, wenn ich wieder da bin? Ja Das wäre super, ich weiß nicht, ich habe irgendwie 30.000 Leben verloren Wahrscheinlich durch den Albtraum Du beschwörst dich Albtraum wahrscheinlich aus mir raus Oh, guck mal, die ist kalt putzig viel hier, Hallo! Guck wie kotzig die sind Ja, ich habe jetzt immerhin ein paar mehr Begleiter Sorry, warte Ja Ach ja, ich muss ja auch noch Dinge skillen Ja, lass dir ruhig Zeit 290 Geschicklichkeit Weiß mal lieber nicht sagen Ich wette Ramses Grab ist so, dass er direkt aus, wo wir rein müssen Das wäre ziemlich lustig Ja, wir gucken dann trotzdem alle anderen rein Oh, guck mal, da sind hier Schottis, hörn du Oh, hier seid so ein... Warum, die sind auch so niedlich Hä, das sind... Hä, die sehen genauso aus wie so, wie so Schakalviecher Nur halt schattig Die sehen genauso aus wie die Gondons Nur im Brot Ne, stimmt, die sehen auch wie die Schakale Schakal, Schakal, das sind Schakal, das sind Schakal, Schakal, Schakal Schattenhäufe, Schakal, Schattenhäufe, Schakal, Dämon Und das Schlimmste sind wirklich brennende Skelette, jetzt war ich mal einer Feuerschadener zu Und gegen die mach ich halt wirklich wieder gar keinen Schaden dann Halt, 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 Halt Schreien Ja, so Zö mit Ö Gut, dann gehen wir jetzt mal recht rein und dann... Wird mir vor allem, was ich finde, ne? Ich mein, die brennt's ja locker runter Alter, wie viel du einfach mal anhast, ey Du hast fünf Sachen Kalkulierter Schlag Vier, wenn du aus meinem raus bist Okay, du brichst fast tot, denk ich, oder? Ich auch, ich bin fast tot Also, irgendwie machen die Fallen hier... Nicht viel Schaden Also die... Feuer... Schießt halt, also... Ich hab grad richtig viel Schaden bekommen Ich auch, ich war auf einmal fast tot Ich auch Okay, die machen hier so gar keinen Schaden Besserer Gesundheitsdrang, geil Mist Weißt du auch, ne? Wir haben unseren Dachlandränk ja schon aufgebraucht, inzwischen Wann haben wir die bekommen? In Griechenland noch War das Bessere? Ich glaub, das... War das nicht Normale? Nee, das war ein noch Bessere, weil wir eine Quest geschlossen haben Die waren so viereckig, glaub ich Die sind so leckige Flaschen Okay, gut, dass die Skulpturen nichts machen Stimmt, ich glaub, das war damals schon ein Bug, den es gab, dass die Skulpturen manchmal einfach nur rumstehen und nichts machen Nee, die haben bei mir die ganze Zeit angegriffen Bei mir nicht Halt langsam, aber sie haben halt keinen Schaden gemacht Bei mir standen die da grad einfach nur in der Ecke, wo man nichts gemacht Ist mein Albtraum? Ach Gott Das ist ein Energietraum, natürlich Ich find mein Albtraum ziemlich süß Wollen wir nicht erstmal hier reingehen? Ja Ich muss euch sagen, ich find mein Albtraum echt süß Los, mach irgendwas Ah, bam, bam, bam Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm Es macht immer noch kein Schaden, merke ich grade Ja, jetzt entweder nicht jedenfalls Zum Glück hab ich grad zwei Skillpunkte rein verschwendet Zum Glück hab ich grad drei Skillpunkte in meinen Albtraum verschwendet Ist doch super Ja Jetzt geh ich noch weiter runter Das ist das Grab von Ramses, Alter Das ist ein großer... Ja... Aber guck mal, Dunkelabian ist meiner Oh nein... Mach den weg Die Teile machen doch gar keinen Schaden, die können dir nicht viel Schaden machen Alter, die machen mir richtig viel Schaden Die ist nutzlos Mach aber jetzt die Maschine kaputt Mach du mal alles andere kaputt Ja, mach ich Du kennst mir deine Dodgers Ja, irgendwie hält alles die alte Lack das grad bei mir Ja, ich würd mir auch lieber helfen anstatt dir Du kannst du... Du kannst du... Du kannst hier selber... Du hast ein Albtraum, du hast die anderen Doge Die alle dir folgen Nein, mir folgt nur ein Doge Und das war's gut so Mir ist die ganze Zeit eben nichts gefolgt Oh man, das laggt Ich kann grad fast nichts machen, so laggt das Ich hab hier auch drin... Ich hab hier auch... Ich hab hier welche FPS drin? Ich hab 6 FPS 5 Okay, 28 24 Ich hab 7 wenn ich stillstehe Ja, das scheint nicht so gut zu sein hier sobald also Bei mir droppen die FPS auch ziemlich Was ging das eben alles? Ja, bis ich hier... Also bis in diesen großen Raum hier Ja, jetzt gehts wieder ein bisschen hoch Das liegt in den vielen Gegner wahrscheinlich grade, die hier sind Die hatten schon viel mehr mal Ich glaub nicht Ich glaub nicht Dimmst Das war meins Mit mir das Ich bin drauf gelaufen Ich glaub nur 19 FPS, gab jetzt 5 Wie fährst du euch durchschnitt? Ich hab die Oconus Amulett Ich glaub nicht, kriegen wir wieder ein paar blaue Gegenstände Ja man Fährt mal wieder super Durchschnittlich hab ich eigentlich so 20 Ich hab durchschnittlich so 40, 50 Du hast ja auch einen Computer, der Nagelneu ist und der 8 Jahre alt ist Nagelneu ist jetzt ein bisschen übertrieben, er ist sehr neu Er ist fast neu Na guck mal so ein Globalist, hallo Was macht den Weg, ey? Tja, die machen gar keinen Schaden Die machen nur 50 Schaden pro Hit Oh, ich hab übrigens 2000 Leben Ich auch, 2300 sogar Ja, 2100 Was irgendwie ziemlich schnell lockt, weil ich hier gestern den Giftwölfen stehen bleibe, aber das möchte ich auch 2185 Leben hab ich Kurz mal die gehörigen Nutzer angucken, Moment Ok, der ist ganz nice, aber nicht so nice wie meiner Meiner hat halt Stärke plus Und gescheckt Wem wir zuerst sind? Äh, rechts und links, weil nach oben geht's weiter Sicher? Rechts und links sind immer nur Seitenräume Oh, ich hab grad 25 FPS Wann machen, sagst du? Immer müssen Morgen wird gut, ey Kommen in etwa die gleichen Leute wie zu meinem Geburtstag letztes Jahr Nur weniger, viel weniger Aber du hast ja auch nicht so viele Ja, dieses Jahr kommen so höchstens 10 Ja, kann man machen Ich weiß gar nicht, wie viele letzte Mal da waren Ich hab keinen Bock auf dicke Party Nicht? Ne, überhaupt nicht Wär ich dabei gewesen Ja, nicht bei mir zuhause Ich wollt jetzt nicht unbedingt Alter, ernsthaft, in diesem Raum hab ich Total die FPS Einbrüche Hilfe, Hilfe, ich werde getötet Ich bin grad nur in diesem Raum und hab Ja, dann heil mich bitte nur in diesem Raum 13 FPS Hilfe Also, die machen mir wirklich noch Schaden Oh, ich kann mich kaum bewegen Kriegt durch dein Eichenherz auch irgendwie Mehr Rüstung oder sowas Keine Ah, ich kann's mir gleich mal durchlesen Ah, genau Scheiß Brandförder Ich mach die Geister noch kurz weg Wie sind denn, wenn ich kriegst du das Problem? Ja Oh, Geister, hallo Hallo Ich mach dir fast One-Hit mit meiner Partwelle Denn, weil es ja auch OP Geht eigentlich voll Ach ja, ich hab nen Bogen Ach ja, ich auch In den letzten Energieamuletsches Geht die Tonne Ja, rechts oben sind auch noch Alter, in diesem Raum Ernsthaft? 10 FPS? Rechts oben ist nichts mehr dabei, ich hab alles komplett angeguckt Oh Gott, das tut weh Und dann gehst du wieder runter? Ich glaub von Ramses ist es wirklich das Grab, wo wir rein sollen Weil ich glaub nicht, dass jedes Grab so riesig ist Ich hoff es Du hoffst es? Ja, also dass jedes Grab nicht so riesig ist Wieso? Wenn hier gleich ne riesige Steintür kommt, dann wissen wir, okay wir gehen erstmal in die anderen Greiber Machen wir unten ein paar Tage Wir können aber einfach die Plakine so machen Können wir machen, ich weiß aber nicht, ob man danach teleportiert wird Ja, wo wurden denn die danach teleportiert? Es gab bisher nur einen, aber verratet die was nicht Die machen überhaupt keinen Schaden Nach der Zeit schon ein bisschen Ich hab noch keinen Heil drin genommen, ich hab 500 Leben verloren Hier wird übrigens demnächst super Bei den Hund kannst du auch heilen Ja, deswegen versehen Weil du wieder weggelaufen bist und mein Hund da hingelaufen Ich bin extra stehen geblieben Ja und dann bist du weiter gelaufen, nur wenn das hier wär super Ich ziele auf dich, drück 3, drück linker Mausklick und einfach mal rennst du weg Gold Kein Gold Ja, jeder super Danke Ich hab fast volles Leben, ey Ich auch Wie viel hast du jetzt genau? Hm, 100, nein, 1.836 1.000? Ja, weil ich nicht volles hab Also insgesamt hätte ich 2.109 Okay Also mit Eichenherz Ja, ja Ich rechne inzwischen immer mit Eichenherz, weil wir eigentlich immer Eichenherz dran haben Ich kann eine Formel, nicht Lied der Schlange Entschuldig Du hast sie eingesammelt, oder? Jo Asi Du ist der Asi Ähm Essenz von Was bringt sie? Des Horos Außenpanzer und äh Giftschaden, Rüstung, Durchschlagswiderstand, Giftwiderstand, Wahrscheinlichkeit für Giftvergeltung Also ziemlich schön Kann man machen sag ich mal Ja du bist sowieso der Giftspezialist Also ich will mal sagen, lohnt sie nicht so wirklich für mich Ja wenn, würde sie sich für mich lohnen, weil du sowieso Gift machst Okay, die halten jetzt aber ziemlich viel aus, das ist ja eine Also von mir jedenfalls Du fickst sie wahrscheinlich One-Hit, ja Ich mach so gar keinen Schaden Oh guck mal ne Katze Ich würde die sofort mitnehmen und bei mir in den Garten stellen Den Platz hätte ich ja Die Katze? Äh in welchem, in welchem Hausnimmst du halt eigentlich auf? Im dritten Ach im dritten Im kleinen? Ja Aber natürlich mit meinem Kamin an und da hab ich natürlich mit 500 Dollar Scheinen Am Laufen also Man muss ja, man muss ja auch mal ähm Weil die Leute, die nicht so viele Häuser haben, dann geht man nur ins kleine Haus Ach warte, das dritte war jetzt aber nicht das mit dem Whirlpool auf der Terrasse Sondern das mit dem großen Garten und den Den, 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 den Ne, ne, das war der Turm Der kleine Turm, aber der ziemlich hoch ging, weißt du? Das ist das dritte Wo oben drauf auf der Dachterrasse der Whirlpool ist Ja, aber das ist halt ein paar Stockwerke höher als mein normaler Häuser Also das hat so 40 Also ich hab aufgehört zu zählen, weil Der Fahrstuhl hat nur oben und nicht oben Und ich weiß nicht wohin die, wie ich in den Räumen komme, also Achso, okay, also du kannst nur Da war ein Architek-Mission, das ist schon dumm Ah, okay, okay Also so Aufzug, ja Ach, ich dachte du hättest sie eben eine Sprachstelle inzwischen angebaut Oder hatten sie den Lager Ne, ne, das wollte ich nicht Ich hab ja mein Android-Handy dafür, aber das Macht das nicht Das ist nicht kompatibel mit meinen Häusern Ah, das ist schlecht, das ist schlecht Achja Ich war fast tot übrigens Warte, bist du überhaupt nicht Wow man, mein Wolf ist tot Kennen wir ja eigentlich dieses ganze Gold hier Ich mein, wir könnten doch eigentlich diese ganzen Goldvasen hier mitnehmen und verkaufen Nein Das wäre viel zu einfach Oder diese Goldrüstung Ich hab schlechte Erinnerungen an diese Statuen Minions gleich Nein, aber solche Statuen gegen den mussten wir schon kämpfen Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich verfügeln Kann durchaus passieren Wir mussten nicht gegen diese kämpfen Gegen ähnliche Ja, gegen ähnliche, ich meinte einfach nur gegen Statuen, ich mag keine Statuen Statuetten Außer dir in deinen Häusern in der Meinung Die sind schon schön Ja, große Tür Wollen wir den jetzt down machen? Puh, ich weiß nicht Wir können doch erstmal erstmal die anderen Teil machen Dann können wir das im letzten Part machen Wow, meine Maus hängt schon wieder, Alter Ich hasse es, wenn deine Hunde so ein bisschen in mein Portal stehen Dann komm ich da nie rein Ja, gern nicht Fucken wir mal, wie lange wir den noch haben Äh, fünf Minuten Ja, dann können wir erstmal die anderen kleinen Also Gehen wir erstmal nach oben jetzt, würde ich sagen In das erste Ab hier direkt Hier draußen machen wir auf jeden Fall übertrieben Schaden und da drin ging es eigentlich so für mich nur Alter Oh, Kopfmarkierer Grab fahren Grab fahren Ist das genauso lang? Was? Oh, das geht echt so Das sind so ein paar, würde ich sagen Und die halten gar nichts aus Nicht wirklich Nicht wirklich Zum Glück haben wir direkt beim ersten Versuch das richtige Grab gefunden Wer kann, der kann, ne? Wir hätten vielleicht zum Händler gehen sollen Ja Ja Hätten wir Naja, das ist ein paar, glaube ich Danke Für was? Ah, Feuerskill Toll Asi, klaut du mir erstmal alles? Wenn du keine Kampfmarkierung willst, hab ich die jetzt auch mitgenommen Ich hab schon vorher eine Ich hab dir auch schreiende Dornen geklaut, obwohl ich noch schreiende Dornen hatte Asi Ja Die sind jetzt nicht alle so groß, oder? Die sind... Ich glaub's nicht Du hast es grad gesehen Nee Ich hab eine Schockwelle reingefallen und alles ist... Siehst du? Genau das Kampfmarkierung ist ganz gut Kampfmarkierung macht nur den Nahkampfschaden, glaube ich Beziehungsweise den Waffenschaden Nein, glaube ich nicht Das andere wäre der Maastricht, wie Schreiner Meisterschaft Mit dein Schockwelle, hör mal Angriffsgeschwindigkeit mit verursachter Schaden Guck! Geh Du hast erst nur verursachter Waffenschaden Ich warn halt die gerade alle mit der Schockwelle Guck mal, kleine Schattenfächer, hallo! Ach, da unten ist ein Rom In der Tischkanale Ja, die sind bei mir alle an ganz anderen Stellen wie du Boah, ich hab so ein bisschen unten Schmerzen Boah, ich hab so ein bisschen unten Schmerzen Ja okay, das ist wirklich ein bisschen kleiner Weil... Irgendwie waren... Im... Hauptgrab irgendwie so eine Million Kleine Räume und hier sind irgendwie nur so ein paar Du brauchst mehr Energie Du brauchst mehr Energie Du hast mir Kampferkirchen aufges... Ich hab Seuche, warum hatte ich grad Seuche? Bin wir echt tot? Bin ich Seuche geskillt? Nein, ich hab Seuche, der macht Seuche Der ist gut Der war irgendwie dann etwas größerer Der ist gut verloren eigentlich Alter... Tief an Marie Ja, ich lese den durch Den lese ich trotzdem Weil nichts anderes passiert Ja, ich hab den einen ja auch vorgelesen, oder? Oder war es außerhalb des Parts? Nee, ich glaub das schon vorgelesen Na, auf jeden Fall hab ich ihn kurz eingeblendet mal Ja Äh... Du hast ein grünes Schwert dafür, sammelst das gut Wann hab ich das aufgesammelt? Äh... Bei dem Typen Okay, ich hab keinen Platz mehr übrigens Warte Neunundzwanzig... Siebenundzwanzig bis neunundzwanzig Blitzschauen Hier liegt noch etwas, was ich nicht mit ihm finde Oh, ich hab einen äh... Blauen Gegenstand hierhin gefunden Was für ein Dein Gepäck ist voll Ähm... Das war... Was war denn das? Rote Krone, Intelligenzscheiß Du hast keinen Platz mehr Ach, leck mich, nimm mal das Filo mit Ich hab keinen Platz für das Filo mit Ich auch nicht Ja, ich guck mal, wie weit der Part ist Ich glaub, der müsste jetzt vorbei sein Ja, jetzt ist er vorbei Ja, da würde ich sagen Gut, dann gehen wir den Stringportal Und äh... Mach schnell zum Händler Ich hoffe, der Part euch gefallen Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss Tschüss foremdraktisch t Ask... Variations... Ink... ... tschüss... tschüss... A ...